Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einer weiteren Folge zu My Hero. Äh, ja, Mima, was wir in der letzten Folge haben wir, äh, dem gespielt erstmal und geguckt, da haben wir den Panda gespielt. Heute wollen wir, will ich, den zweiten Charakter mal spielen. Und, ja, wollen wir mal gucken, wie weit wir heute kommen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch natürlich gefällt. Und schaut mir gerne in die Kommentare, wie euch das natürlich gefällt. So, bestätigen. Na komm. Es gibt natürlich nur eine Map. Da ist er doch, der Charakter. Owen heißt er. Hat nur Nahkampfwaffen. Ich geb ihm als erstes mal eine Axt und bereit. So, guck mal, da ist er. Zack. Zack. Der kann auch, glaub ich, zwei auch. Einmal. Sogar mehrere. Ah. Ah, ja, guck, da kann mehrere. Guck, easy. So. Erst. Ich würde mal sagen, ich gehe auf Nahkampfschaden mit. Sehr viel. Öffnen wir mal. Was kriegen wir hier? Ja, das kann man aufnehmen. Das nehmen wir an. Das Ding sperre ich mir mal. Das Ding sperre ich mir mal. Ah, ich hätte es mir sperren. Ich wollte es kaufen, egal. Alter, neuer Monster. Ich werde es auf. Untertitelung. BR 2018 Angriffsgeschwindigkeit. Angriffsreichweite. Ne, ist Angriffsreichweite. Ausweichen würde ich sogar machen. Mach mal. Öffnen wir mal das Ding. Kostenlos aktualisieren. Das nehmen wir natürlich als Gegenstand an. Oh. Angriffsgeschwindigkeit. Trittliche Chancen und Angriffsweite. Aber zwei Lebenspunkte minus. Nein. Mach ich nicht. Kostet aber auch dafür 200. Ne. Ne. Oh. 193. 40. Die sind beide gleich stark. Aber warte mal. Das Schwächste ist glaube ich 38. Ne, ist immer 30. So. Scrollen. Ne Knarre in P. Maschinenpistole. Angriffsgeschwindigkeit steigert. Das ist gut. Aussammelreichweite. Äh. Was ist das unbedingt? Aufsammelreichweite. Weiß ich grad nicht. Ich zieh's hier grünen. Nicht. Sperre ich mal. Noch einmal scrollen wir kurz. Das sperre ich auch. Äh. Ja. Sonst können wir loslegen. Ne, was hat er gemacht? Zurück generiere ich am Anfang ein bisschen Leben. Oh. Ah. Ah, guck mal. Da war eine Landmine. Wie geil. Die Landmine sind schon geil. Sehen aber auch geil aus. Ich... Ah. Ausgewischt nicht erfolgreich. So. Weiter geht's. Da ist eine Kiste. Nein. Jetzt laufen wir hier lang. So. Kurz hier durchlaufen. Weil hier ist das auch wieder Geld. So. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Lauf Ja, hier ist es wirklich A und O zu laufen Dass der mich noch erwischt hat, Alter, ist heftig Oh, Riesenspinnen Ausgewichen erfolgreich, oh Ah, nicht ausgewichen Aber Springen ist heftig in dem Spiel Au Oh, lass mich in Ruhe Oh, Lauf Ausgewichen erfolgreich, perfekt Oh, Lauf Alter, was war das? Ah, die sind meine Schlangen, die weiß ich, beschwöre, wie cool, Alter, wie cool, die sind ja geil, die Schlangen, ah, jetzt muss ich laufen, glaube ich, jetzt laufe ich aber auch, Jump Los, meine Schlangen, töte sie Eine laufende Kiste, schon wieder So Oh, hab ich da einen kleinen Bug gefunden, oder was? Oder auch nicht, das war dumm Einfach stehen Also die schwachen Gegner haben einfach keine Chance Das merkt man, die schwachen Gegner haben einfach keine Chance gegen mich Das ist heftig Jetzt ganz problematisch, wenn bei die Dicken kommen So Genauso Oh mein Gott, ein kleiner Bug, guck mal Alter, wie viel, wie viel ich davon getötet Alter, es gibt fliegende Monster Guck dir das mal an Oder sind das von mir welche Alter, was sind das für fliegende Dinger Oh, ein Skorpione Ja, ist entspannt Oh mein Gott, was war das? Lila Kugeln Oh mein Gott, was wurde da rumgeschossen Ich weiß es nicht Oh mein Gott Alter, ein riesen Boss Töte ihn Oh mein Gott Riesiger Boss Monster Oh 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 Jetzt nehme ich aber Damage, Alter Aber wie, Alter Ah, jetzt komme ich langsam wieder kritisch Jetzt wird es kritisch Aber zu Glück sind hier überall unsere Aha Lauf, 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 lauf. Schön laufen, ne, lauf. Schön laufen, im Kreis. Oh, ausgewichen, zum Glück. Das war knapp. Es gibt sogar blaue Monster. Das ist heftig. Blaue Monster. Okay, okay. Blau, grün, rot. Das ist heftig. Der Boss, ich krieg den nicht tot. Sieg, das war's. Wir haben einfach 20 Wellen überlebt. Krass. Neustart, Hauptmini, zurückkehren. Ach, guck mal, das ist unsere Schwierigkeitsgrad, nur mal zurückkehren. Also das war eine geile Runde. Muss man echt sagen. Ah, ja, Modus. Ja, also ich fand das geil. Wenn ihr noch eine Folge dazu sehen wollt, mal auf einen höheren Schwierigkeitsgrad, warte, ich werde jetzt mal gucken. Ich muss mal, warte mal, ich muss starten, warte mal. Warte mal. Wo kann ich denn das einstellen? Ach, guck mal. Achso. Hier, das ist der nächste Schwierigkeitsgrad. Wenn ihr den sehen wollt, schreibt es in die Kommentare oder lasst, zeigt einfach das mir mit einer positiven Bewertung bei den Spielen, insgesamt beim Video, natürlich. Dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.